... in den Beat heute zu gehen. Macht mal Alarm, was ist los mit euch? Okay, pass auf, ich teile euch in drei Gruppen ein. Hier die Trennungsgrenzen müsst ihr selber finden. Das klappt nicht. Das klappt, das klappt, das klappt. Also, ich mach einfach mal hier ein Dings. Laserstrahlen. Laserstrahlen, zack, ihr seid die rechte Seite. Ihr seid der rechte Flüge. Das ist die Mitte hier, von dem Laserstrahl natürlich die... Die Republikaner, die SDP. Bis hier, bis hier ist die Mitte. Und die Linke. Und das ist die linke Seite. Pass auf, die eine Seite macht... Und die Mitte klatscht. Und die, äh... Ja, ich muss sie mal umdenken. Die linke Seite sagt, yeah. Zum Schluss hört es ihr schon ungefähr so an. Okay, macht weiter. Die einen scheinen, wo, die anderen scheinen, yeah. Ich bitte und die in der Mitte geben mir die Schwer. Meine Augenlider hängen tief als bei Schwer. Digo ist der motherfucking Weed, leg und her. Heute gibt die Körpers mal den Beat, macht mal Lärm. Für euch selbst und ich gebe euch mit Liebe meinen Fers. Viele sagen, ich wär der Betrieger ohne Herz. Doch ihr könnt mir glauben, das ist eine Lüge, die mich schmerzt. Rapper Mittwoch, ich spiel jemand mehr. Ich hab an die Deckung, hab Featuren erst. Frohes Neues Jahr, ich hoffe ihr seid mit reingerollt. Dank die Feier bis zum Leben, dank der Diener ist der Wert. Put your hands in the air, wir verlieren nicht gern. Lass mich mal ziehen und ich fliege zu den Sternen. Heute kann sich wirklich jemand über mich bestern. Digo Flo, der blau, der Berliner Bär. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nix mit Hip-Hop vermutet, bis ihr geht. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nix mit Hip-Hop vermutet, bis ihr geht. Deshalb seid ihr die tighteste Club Deutschland. Losi Town, yeah! Rapper Mittwoch.